So, guten Morgen meine Freunde, ne? Guten Morgen meine Freunde, ja? Hab doch gesagt, heute geht's weiter, ne? Komm her. Wer ist der Erste, ne? Wer ist der Erste, ne? So, ne? So, du bist der Erste, komm mal her. Du kleiner Taschenvogel, komm her. Alles gut mit dir? Lass mal ausfliegen, ne? So, bist du der Erste. Meckerst du mit mir, ne? Meckerst du mit mir, ja? Komm her. Hopp. Alles ist gut, ne? So, alles ist gut, ne? So, jetzt kann's abhauen. Noch jemand? Wer ist der Zweite, ne? Wer ist denn der Zweite hier? Jetzt sind es gleich zwei geworden, ne? So, jetzt sind es gleich zwei geworden, ne? Du auch, ja? Ab mit dir. So, ja? Alles gut? Komm her. So, alles gut. Der Einer beißt mir gleich ins Ohr. Ne? Da bist du. Komm mal her. Aha. Ihr beide seid gleichzeitig ausgebrochen, ne? Eigentlich wollte ich euch nebeneinander zeigen, ne? So, hm? Du sitzt gleich bei mir auf der Hand auf dem Fotoapparat. Dann können wir ja weitermachen, ne? Noch jemand? Hm? Möchte da noch jemand raus? Ah, komm her. So, da ist der Nächste, ne? Hm? Da ist der Nächste. Komm mal her, Madame, hm? Alles gut? Ja? Hm? Du bist der Nächste, ne? Alles okay? Wollen wir mal gucken, ob noch jemand da ist, der da raus ist? So. So, hier. Noch jemand? Hm? Ja. So, du bist raus, hm? Madame? Noch jemand, ne? Alles okay? Ja? Jetzt dürft ihr auch raus. Hm? Alles gut? Hm? Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Hm? Komm mal her. Noch jemand ohne Fahrschein? So, Milka. Ho, ho, ho. Was ist das denn gewesen, ne? So. Hm, Milka. Ja, ihr kennt, ne? Da muss sich aber erstmal einer ausfliegen, ne? Hm? Da muss sich erstmal jemand ausfliegen, ne? Milka. Alles gut? Hm? So, da muss sich erstmal jemand... Hallo? Komm her. Spinner. Huh? So. Na gut, da fliegt die ab. Machen wir hier weiter, ne? Komm her. Wer ist der Nächste? So. Hm? Der Grüne. So. Der dunkle Grüne. Der fliegt erstmal eine Runde. Komm her. Der dunkle Grüne. Ja. So. Erstmal eine Runde ausfliegen, ne? Komm her. Erstmal eine Runde ausfliegen, sag. Ne? So. Komm her. Alles ist gut, ne? So. Alles ist gut, ne? Na gucken wir nochmal, ja? Was ist denn mit dir? Hm? Was ist denn mit dir? Komm her. Hm? So. Ja, gut. Klar.